Hey, tu. Tu ihm nicht weh. Tu wem nicht weh. Wen meinen Sie? Hey, wer soll wem nicht weh tun? Hey, wer soll wem nicht weh tun? Ich muss wissen, was dein Großvater mit dem Haus zu tun hat, in dem ich wohne. Das war früher ein Waisenhaus, ein Heim für Kriegskinder. Nach dem Tod seiner Mutter ist Otto immer mehr in seine eigene fremde Welt abgerutscht. Jede Nacht war da oben, hat geweint. Seine Mutter angefleht, zurückzukommen. Wofür hast du solche Angst? Wurde Dinge her passieren. Die tote Frau, wir gerade im Film gesehen haben. Ich glaube, sie wohnt immer nur hier. Ich glaube, in diesem Haus sind Dinge vorgefallen, die wir uns nicht im Entferntesten vorstellen können. Brix hätte niemals oben den Boden öffnen dürfen. Die Acht der Schwerter. Ein Mädchen ist in Gefahr. Jetzt wird die Alte kommen und mir meine Merle wegnehmen. Ein Mädchen ist in Gefahr. Ein Mädchen ist in Gefahr. Das ist Koth. Untertitelung des ZDF, 2020